Moin Leute, heute wollen wir uns anschauen, welche Lagebeziehungen Graden im Raum haben können. Viel Spaß! Stellt euch vor, ihr habt zwei U-Boote. Die Strecke, die die U-Boote zurücklegen, betrachten wir symbolisch als unsere Graden. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, wie sich die U-Boote unter Wasser begegnen? Als erstes gibt es die Möglichkeit, dass die U-Boote genau dieselbe Strecke zurücklegen. Dann sind die Graden identisch. Als zweites gibt es die Möglichkeit, dass die U-Boote nebeneinander in dieselbe Richtung fahren. Dann nennt man die Graden parallel, da sie ja offensichtlich parallel zueinander sind. Als nächstes gibt es die Möglichkeit, dass sich die Strecken, die die U-Boote zurücklegen, schneiden. Dann sagt man, dass sich die Graden in einem Punkt schneiden. Die letzte Möglichkeit ist, dass die U-Boote in unterschiedliche Richtungen fahren und das eine U-Boot höher fährt als das andere. Dann sieht das auch erst so aus, als ob sich die Graden schneiden. Lasst euch davon aber nicht verwirren, die Graden haben ja unterschiedliche Höhen. Diese Graden nennt man dann windschief zueinander. Jetzt wollen wir uns als nächstes anschauen, wie man vorgeht, wenn man die Lagebeziehung konkret bestimmen soll. Dazu müsst ihr wissen, wie eine Gradengleichung aussieht und woraus sie besteht. Wenn ihr das nicht wisst, dann schaut euch unser Video dazu an. Ihr könnt immer nach dem gleichen Schema vorgehen. Als erstes schaut ihr euch die beiden Richtungsvektoren an. Sind die Richtungsvektoren gleich oder vielfache voneinander, dann sind die Graden entweder identisch oder parallel. Denkt dabei immer an die U-Boote. Bei gleichem Richtungsvektor fahren die U-Boote in die gleiche Richtung. Wenn die Graden Richtungsvektoren haben, die nicht gleich sind und keine Vielfache voneinander sind, dann sind die Graden entweder windschief oder haben einen Schnittpunkt. Als zweites müsst ihr dann überprüfen, ob die Graden einen gemeinsamen Punkt haben. Dazu müsst ihr die Graden einfach gleichsetzen. Wenn die Graden mit derselben Richtung einen gemeinsamen Punkt haben, dann sind die Graden identisch. Ansonsten sind sie parallel. Wenn die Graden mit den unterschiedlichen Richtungsvektoren einen gemeinsamen Punkt haben, dann haben die Graden einen Schnittpunkt. Ansonsten sind sie windschief. Nach diesem Schema könnt ihr immer vorgehen. Insgesamt müsst ihr euch einfach diese Mindmap merken. Wenn ihr konkrete Berechnungen zu den Lagebeziehungen sehen wollt, dann schaut euch unbedingt unser Beispielvideo an. Über ein Abo und einen Besuch auf unserer Website freuen wir uns wie ein Schnitzel. In diesem Sinne macht's gut und bleibt sauber.